Um die optimale Höhe der Armlehnen Ihres Stuhls einzurichten, betätigen Sie direkt unterhalb derselbigen den Einstellknopf. In diesem Fall ist die Armlehne zu niedrig und sollte nach oben korrigiert werden. Am Ende sollte die Armlehne mit der Tischplatte abschließen. Jetzt werden die Schultern weder unnatürlich nach oben gedrückt, noch hängen sie durch. Auf diese Weise bilden die Arme im Ellenbogen einen rechten Winkel, so wie es für die gesunde Sitzhaltung sein soll. Wenn Armlehnen und Tischplatte eine Höhe bilden, sind beide korrekt eingestellt. Fertig ist die Einstellung der Armlehnen. Es folgt die korrekte Einstellung der Rückenlehne.